Okay, eins, zwei, drei... Was ist Tobi? Keine Ahnung, ich hab den heute noch gar nicht gesehen. War eigentlich noch nicht gerochen. Hey da draußen, am Dienstag haben wir eine Parodie zum legendärsten, besten Song aller Zeiten veröffentlicht, nämlich zu ApoRed Baba Wagen. Bitch, ich fahr ein Bobbycar, ah, yeah. Die Parodie kam auch überwiegend gut bei euch an, ihr habt richtig, richtig coole Kommentare geschrieben, aber es gibt da so eine Gruppe von Menschen, die wir jedes Mal in den Kommentaren haben, und das sind Hater. Und was ist witziger, als eigentlich Hater-Kommentare über sich selbst vorzulesen und Leon einen die ganze Zeit nachäuft. Und ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, wir sind heute nur zu zweit hier, weil der liebe Tobi ist im Urlaub, aber Tobi hat extra uns ein paar Kommentare rausgesucht und die werden wir jetzt vorlesen, wie ApoRed-Fans uns beleidigen. Let's go! Ich würde echt sagen, ich hab vor dieser ApoRed-Army schon ein bisschen Angst. Ja, das ist schon ein bisschen Angst. Schlechte Parodie, nicht lustig. Ja. Sogar mit Autotune scheiße. Meinst du jetzt unsere Parodie oder das Original? Weil da ist auch Autotune-Sang. Ich glaub, sie meint... Also sie meint gar nicht unseren Gesang, sondern unser Auto, das wir getunt haben. Ah, Autotune Bobbycar. Den Kommentar finde ich persönlich sehr, sehr, sehr witzig. Das ist auch gar kein Hate-Kommentar, weil ich glaub, den fand Tobi einfach nur witzig. Fabian und Leonardo sind süß. Ciao. Ich hab ja damals angefangen, mit Leonardo Videos zu machen. Es war auch nicht immer einfach, mit Leonardo zu drehen. Irgendwann kommt dann auch nur Tobiado dazu. Und wir sind schon drei, also Fabiado, Leonardo und Tobiado. Das macht echt Spaß. Gesichtsgrätsche. Wir machen das jetzt nach. So, und ähm, die Johanna. Die Johanna, die war es auch leid, die konnte es einfach nicht mehr hören. Zuerst reden sie über das Fahrradfahren und dann plötzlich Bobbycar. Bisschen komisch. Entscheidet euch für eins. Wir können ja nur. Erst fahren wir mit so einem Fahrrad und sagen, dass wir immer Fahrrad fahren. Und dann fahren wir Bobbycar. Unmöglich. Es hat schon mehr Swag mit so einem Bobbycar in den Bergkopf. Ich mag ApoRat nicht, aber diese Scheißkinder kotzen mich so an. Irgendwann kurz warten. Das ist das Telefon? Das Telefon ist der größte Hater, den ich kenne. Hör auf! Ah, danke. Wir mag einfach ApoRat nicht, aber uns auch nicht. Genau. Das kann ich aber auch verstehen. Ja. Dass man ApoRat nicht mag, aber uns nicht zu mögen. Und dass wir jemanden ankotzen. Das ist ein Gehör. Digga, du bist so ein Schwuchtel, Alter. Wenn du das Rappen nicht kannst, dann hör auf, Inscope kannst wenigstens. Ich finde das immer schwierig, so Sachen vorzulesen. Da sind ja gar keine Zeichen, weil ich nicht weiß, wo das aufhört. Wir haben auch nicht vor, weiter zu rappen. Wir fanden es einfach eigentlich nur witzig. Wir dachten, es ist eigentlich ganz lustig, wenn ich mal so ein bisschen Gangster-Rap mache. Wenn ihr das mit die Crew seid so. Ich finde die Parodie sehr schlecht. Jeder, der eine Parodie darüber macht, ist einfach richtig unkreativ und nimmt einen Bobbycar. Einen Bobbycar. Warum macht man, wenn man schon sieht, dass Leute eine Parodie zu dem Thema gemacht haben, genau das gleiche? Genau, das wollten wir nämlich auch nochmal klarstellen, weil viele gesagt haben, ja, das hat schon iBlali gemacht und das hat schon Inscope gemacht. Ja, das wissen wir. Wir haben allerdings letzte Woche Montag angefangen, das Teil zu planen. Und dann am Freitag kam ein Video von iBlali raus, aber da hatten wir bereits schon alles, also wir hatten die, den Ton haben wir aufgenommen, wir hatten das Instrumental, wir haben den Dreh vorbereitet. Wir hatten so gerade angefangen, die Videos aufzunehmen dafür. Und dann kamen diese Parodien und dann dachten wir so, ey, aber es wäre jetzt viel zu schade, das wegzuschmeißen. Fabian, warum findest du die Lochis blöd? Sorry, du bist auch blöd. Ich bin blöd. Übrigens, wir finden die Lochis nicht blöd. Vielleicht habt ihr es gemerkt, aber es war eine Parodie und es war alles nur ein Spaß. Wir haben mit den Lochis schon bereits drei oder vier, wir haben schon sauviele Videos mit den Lochis gedreht. Wir finden die beiden mega cool. Und das am Anfang war einfach nur ein Scherz, so wie wir auch nichts gegen iBlali haben. So, jetzt haben wir alle Kommentare. Hier ist das letzte, das von so iBlali. Jeblali. Was? Oh. Jeblali hat kommentiert? Oh. Jeblali hat das Video kommentiert. Ja, ich hoffe, ich weiß dir das. Freunde, euer Bobbycar leuchtet nicht mal schwach. Das ist, das ist nicht, das meint der witzig, oder? Ich wollte, ja. Freunde, euer Bobbycar leuchtet nicht mal schwach. Also, Hate kann uns gar nicht erreichen. Wenn ihr auch ein richtig heftiges Problem mit uns habt, dann schreibt mal jetzt in die Kommentare euren Hate-Kommentar, weil dann können wir demnächst nochmal so eine Folge drehen mit richtig, richtig, richtig fiesen Hate-Kommentaren. Wenn ihr hier draufklickt, einfach mal hier draufklicken, dann kommt ihr zur Baba-Wagen-Parodie. Und wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr zum letzten Hater-Kommentare beantworten Video. Und wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Ciao. 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 Ciao.